Was geht ab, meine lieben Freunde? Mein Name ist Nico Juhl. Ich darf euch herzlich zurück willkommen heißen auf meinem Kanal. Ich wünsche euch als allererstes ein frohes und gesegnetes und gesundes neues Jahr 2023. Ich hoffe für euch alle, dass es ein schönes Jahr wird, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr erfolgreich seid, dass alles in Erfüllung geht, was ihr euch wünscht. Das wünsche ich euch von Herzen. Ja, und es wird natürlich auch weitergehen mit Videos jetzt in diesem neuen Jahr. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen von den letzten Tagen, aber ich habe mir gedacht, was kann es Besseres geben als ein schönes Review am 01.01.2023, wenn ihr alle noch halb verkatert und halb versoffen in euren Betten liegt und euch irgendwie Katerfrühstück reinknallt oder was auch immer ihr gerade macht. Ja, ich dachte mir, vielleicht passt das zum neuen Jahr. Wir starten einfach mal direkt mit einer wunderschönen Waffe und zwar wird es heute in dem Review um die AAP-01 Assassin von Action Army gehen. Diese Waffe werde ich jetzt in dem Video vorstellen, also bleibt dran. Vergesst nicht Kanal abonnieren, Video liken, kommentieren, wenn ihr möchtet, dann schreibe ich immer gerne zurück. Und wir starten das Video. Peace! Und wir starten direkt rein in das Video. Ihr seht hier den Karton von der Action Army AAP-01. Das ist der Karton, so sieht er aus. So, einmal von hier. Einmal kurz zum Hersteller Action Army. Die Action Army Company ist ein Hersteller oder ist bekannt dafür, Tuning-Teile für Airsoft-Waffen herzustellen, aber auch natürlich Airsoft-Waffen. Es gab hier diese AAP, diese Richtung, die gab es schon bei Sniper-Gewehren, die ist schon sehr gut angekommen. Sie sind dann auch in den Pistolenmarkt mit eingestiegen mit dieser Waffe. Und deswegen ist auch gerade aus diesem Hintergrund, wenn man aus dieser Tuning-Teile, Abteilung oder aus dieser Richtung herkommt im Airsoft-Bereich, dann erklärt es sich, glaube ich, von alleine, dass diese Waffe Tuning-technisch unfassbar variabel, flexibel ist. Man kann mit dieser Waffe sehr, sehr viel anstellen, man kann sehr, sehr viel umbauen, man kann anbauen, man kann tunen. Das ist mit dieser Waffe so gut möglich wie mit kaum einer anderen Waffe. Gut, die High-Cuppers, die sind natürlich auch immer sehr beliebt zum Umbauen. Ich zeige euch jetzt einmal den Karton hier im kompletten Zustand. Ihr seht es hier, Action Army Company kommen aus Taiwan. So viel zu dem Karton. Dann machen wir den mal auf, dann müsst ihr hier einmal nach hinten ziehen, dann einmal das Kläppchen auf und dann seht ihr schon den Inhalt der Waffe. Wir haben hier eine Anleitung, die brauche ich in der Regel nicht. Ab und zu gucke ich da mal rein und dann haben wir hier so ein paar Kaufartikel, die will ich jetzt nicht zeigen, wo ich die Waffe her habe, denn wir wollen uns eigentlich jetzt hier nur die Waffe einmal komplett und detailliert anschauen. Und das ist die Waffe, einmal den Karton zur Seite gelegt und hier ist der Grund, warum ihr wahrscheinlich dieses Video schaut, weil ihr diese Waffe einmal sehen möchtet. Und wir würden auch jetzt einmal hier direkt starten. Auf den ersten Griff fühlt sich diese Waffe sehr, sehr sexy an. Das muss ich einfach mal so sagen. Es fällt aber auch auf Anhieb auf, dass hier kaum Metall verbaut wurde. Sie ist hauptsächlich aus Polymer gefertigt. Sämtliche Teile dieser Waffe sind aus Polymer Verbundkunststoff gefertigt. Wir sehen hier direkt auf Anhieb den Außenlauf. Das ist das sogenannte Fluted Design, also diese Rillen, die hier dargestellt sind. Dann haben wir eine Verschraubung hier vorne, eine Verschraubungskappe hier vorne an der Waffe. Wenn ich diese Waffe abschraube, dann muss ich nach rechts drehen. Das ist so entgegen des Drehens, wie ihr es wahrscheinlich gelernt habt. Denn das hier ist ein 14 Millimeter Linksgewinde. So, wenn ihr diese Kappe hier einmal abgedreht, abgeschraubt habt, dann habt ihr die Möglichkeit hier vorne einen Schalldämpfer drauf zu montieren oder aber auch einen Tracer oder was auch immer ihr hier vorne befestigen möchtet. Nochmal, 14 Millimeter Linksgewinde. Ich schraube in der Zeit, wo ich rede, das Ding mal wieder dran. Da muss man sich echt so ein bisschen umorientieren, wenn man sonst immer in die andere Richtung dreht. So, die Waffe, ihr seht es hier, die ist komplett in schwarz. Gibt es auch in Tannen. Wir sehen hier vorne die Frontside, also das Korn in diesem Orange, in dieser Fiber Optik. Oh, sind wir aber ganz schön verstaubt hier, durch die Verpackung. Hier in diesem Orange Fiber Optik. Dann haben wir hier hinten die Kimme, also die Rear Side in grün gehalten. Und wenn man dann zielen möchte, ist das hier wunderbar mit dem grün und mit dem Orange. Damit kann man das Ziel sehr, sehr gut fixieren und anvisieren. Wir haben hier den Trigger Guard, einmal hier mit der Struktur für den Haltefinger. Dann haben wir hier den Trigger und die Triggersicherung. Wir haben hier eine doppelte Sicherung an der Waffe. Wir haben einmal hier die Trigger, die Abzugssicherung. Und wir haben hier, und da sind wir direkt beim nächsten Punkt, die eigentliche Sicherung der Waffe. Also, wenn ihr, ihr seht jetzt hier von nahem, dass man eine rote Umrandung hier an der Sicherung sieht, bedeutet natürlich, die Waffe ist schussbereit. Wenn ihr den jetzt hier reindrückt, klickt, dann könnt ihr selbst, wenn ihr die Triggersicherung, die Abzugssicherung drückt, könnt ihr hier nicht mehr schießen. Die Waffe ist somit gesichert. Auf der anderen Seite, da könnt ihr das Ding wieder reindrücken und die Waffe ist entsichert. So, dann haben wir hier einmal den Schlittenfanghebel, beziehungsweise gibt es hier keinen Schlitten, der sich bewegt, sondern wir haben hier einen inneren Schlitten. So nenne ich es einfach mal, einen inneren Spannhebel. So, wenn ihr diesen inneren Spannhebel, ihr könnt das von hier aus sehen, der hat hier so einen Flügel, der hat da so einen Flügel, ist einfach, damit ihr den hier besser greifen könnt. Und wenn ihr den seht, seht ihr hier einmal Patronenhülsenauswurf, was schon mal sehr originalgetreu ist. Und ihr seht, dass dieser Steg hier hinten festgehalten wird. An diesem, an dieser Sicherung oder beziehungsweise an diesem Schlittenfanghebel, so nenne ich ihn einfach weiter, könnt ihr beidseitig, sowohl von dieser, als auch da, von dieser Seite, könnt ihr beidseitig den Schlitten, beziehungsweise den Abzugshebel wieder, zack, auslösen. Ui, da habe ich doch aus Versehen auf. Und das wäre jetzt der nächste Punkt. Das ist der Mag-Release-Knopf. Hier, wenn ihr hier drauf drückt, habt ihr gesehen, was da passiert. Dann kommt uns dieses Magazin hier entgegen geflogen. Es handelt sich hier um ein Gas-Magazin. Dieses Gas-Magazin ist aus Metall. Es gibt also doch was, was aus Metall gefertigt ist. Ihr füllt das Magazin hier unten. Hier habt ihr die Gasaufnahme. Da drückt ihr dann, wenn ihr die Flasche geschüttelt habt, geschüttelt habt, drückt die Flasche hier rein und lasst das Gas hier eintreten. Wenn ihr die BBs füllen möchtet, dann müsst ihr natürlich erst mal hier wieder die Feder nach unten ziehen. Dann könnt ihr hier mit einem Speedloader die BBs einfüllen und dann könnt ihr auch schon schießen. Hier dieser Knopf, wie bei den Gas-Magazinen so üblich. Wenn ihr den drückt, könnt ihr überschüssiges Gas, wenn ihr fertig seid mit dem Schießen, entweichen lassen. So, was haben wir hier noch? Wenn wir uns das einmal anschauen, wir haben hier unten ein Cutout. Wir haben hier eine Struktur am Griff. Sowohl hier vorne, hier hinten. Hier war es immer eine unterschiedliche Struktur, als auch auf den beiden Seiten oder an den beiden Seiten, um grammatikalisch hier richtig zu bleiben. So, ich muss mal kurz kurz durchatmen. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. So, das Magazin ist wieder drin. Dann sehe ich auf dieser Seite ist das ein Marking. Hier steht nur Read Instruction Before Use, also lest die Instruktionen, bevor ihr die Waffe nutzt. Wir haben hier noch an dem Schlitten stehen, Kaliber 6 mm BBs. Wir haben das F im Fünfeck. Und hier steht nochmal die Waffenbezeichnung AAP-01. Ja gut, der Schlittenfang, hatte ich euch eben gesagt, ist beidseitig bedienbar. Was ganz wichtig ist, auch wenn die Waffe hier hauptsächlich äußerlich aus Polymer gefertigt ist, ist ganz klar zu erwähnen, dass alle schussrelevanten Innenteile in der Waffe aus oder fast ausschließlich aus Metall gefertigt sind. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Wir haben die Möglichkeit auch, das Hop-Up einzustellen. Und das geht so. Ihr müsst, um das Hop-Up einzustellen, müsst ihr hier hinten einmal ziehen. So, dann habt ihr hier den offenen Patronenhülsen-Auswurf. Und seht ihr hier hinten, da hinten drin, ist ein Rädchen. Ich versuche euch das mal. Seht ihr das da hinten? Da ist ein Rädchen. An diesem Rädchen könnt ihr das Hop-Up verstellen. Wenn euch also die Schussbahn eurer Kugel, die hier vom Werk eingestellt ist, wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr an diesem Rädchen das Hop-Up verstellen. Ihr müsst halt so ein bisschen ausprobieren, wenn ihr es nach unten dreht oder nach oben dreht, wie sich dann die Flugbahn der Kugel verändert. Das müsst ihr selber dann für euch feststellen. Seht, jetzt auch einmal hier von der Seite. So, können wir es auch lösen. Wir sehen hier nochmal Kaliber 6mm BBs stehen. Wir haben hier einmal Made in Taiwan, wie eben schon mal erwähnt. Dann ist zu erwähnen, nochmal kurz zu dem Magazin. Das Magazin füllt insgesamt oder hat eine Kapazität von 23 BBs. Also ihr könnt 23 BBs damit verschießen. Die Waffe insgesamt hat eine Länge von 23 cm. Die Lauflänge der Waffe beträgt 12,9, also fast 13 cm. Und das Gewicht der Waffe liegt bei 665 Gramm. Das war es im Prinzip erstmal zu den äußeren Dingen, die wir hier an der Waffe beschreiben können. Jetzt gibt es aber noch einen wichtigen Punkt. Ihr seht hier einen Steg. Das ist kein Steg, sondern ein Druckknopf. Wenn ich diesen Knopf drücke, so, fest reindrücken, dann kann ich hier den oberen Teil der Waffe abnehmen und komme hier ganz schnell an alle Wartungs- oder Reinigungsrelevanten Bauteile dran. Das ist also total easy gemacht. Ihr müsst hier nichts großartig erstmal rumschrauben, sondern einfach nur den Druckknopf drücken, abheben und anschließend könnt ihr die Waffe wieder so draufstecken und sie ist wieder im Originalzustand. Also eine sehr, 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 sehr gute Sache, finde ich. Macht es alles viel einfacher und auch schneller. So, ich glaube, ich habe hier nichts vergessen. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Wenn, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wir machen jetzt mit dieser Waffe einmal einen Schusstest. Die soll ungefähr 0,8 Joule haben mit Gas. Das schauen wir uns jetzt mal an, ob sie das wirklich hat und anschließend kommt der Schusstest. So, Freunde, ihr kennt es. Chrono aufgebaut. Chrono wird jetzt eingestellt. Wir haben 0,2 Gramm. Ich zeige es euch nochmal eben, falls ihr noch nie zugesehen habt. 6 Millimeter BBs, 0,2 Gramm. Wir haben die Waffe gefüllt mit BBs, mit Gas. Jetzt machen wir 5 Probeschüsse und guckt oben links, da steht die Joule-Zahl. Los geht's. So, der hat gesessen. 0,66. 0,61. 0,85. 0,66. 0,58. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Waffe hat für eine Airsoft-Pistole einen ordentlichen Rückstoß. Finde ich ziemlich geil. Ja, ihr guckt euch jetzt nach dem Chrono-Test natürlich den Schusstest an und dann gehen wir mal ins Fazit zu dieser Waffe. So, Freunde, die Waffe ist vorbereitet. Die Waffe ist schussbereit. Ich schieße hier wieder aus 5 bis 6 Metern. Schaut euch das mal an. Die Waffe ist sehr griffig, liegt sehr gut in der Hand. Ich habe schon beim Chrono gemerkt, hat einen guten Rückstoß für eine Airsoft-Pistole. Ich bin jetzt gespannt, wie ich damit schießen kann. Ihr schaut euch das an und wir sehen uns gleich im Fazit wieder. Peace. Ja, ich muss mich noch ein bisschen an die Waffe gewöhnen. Liegt aber auch so ein bisschen an dieser Brille. Ihr guckt euch das jetzt nochmal in der Nahaufnahme an und dann Fazit. So, Freunde, das ist das Schussergebnis mit der AAP-01-Assessin. Ich zeige euch einmal hier die Zielscheibe. Ihr seht, die Kugeln sind alle hier unten eingeschlagen. Ich versuche natürlich immer, macht wahrscheinlich jeder so, die Mitte anzuvisieren. Habe ich auch in diesem Fall so gemacht. Die Waffe hat immer so ein bisschen nach unten gezogen. Was für mich bedeutet, dass ich diese Waffe nochmal feinjustieren muss. Ich muss das Hop-Up-Rädchen hier innen drin, müsste ich jetzt nochmal verstellen, um die Kügel oder die Kügelchen beziehungsweise die Bibi-Laufbahn, Fluglaufbahn nochmal zu verändern. Habe ich euch ja schon gezeigt, wo das funktioniert. Hier einmal die Waffe dargestellt mit diesem innenliegenden Schlitten. Der ist jetzt hier an dieser Stelle gefangen. Wenn er hier nach außen steht, ist er gefangen. Bedeutet, dass das Bibi-Magazin ist leer geschossen. Und sobald die letzte Kugel aus dem Magazin austritt und die Kugel verschossen wird, bleibt dieser innenliegende Schlitten in dieser Stellung stehen. Geht natürlich auf dieser und auf dieser Seite. Ich mache es jetzt auf dieser Seite so. Kann ich den wieder lösen. Dann werde ich die Waffe einmal entsichern, um euch einfach nochmal zu zeigen. Hier ist noch ein bisschen Gas drin. So, ihr seht es. Der innenliegende Schlitten bleibt jetzt in dieser Stellung stehen. Wieder gelöst. So, das ist im Prinzip die ganze Magie wieder gelöst. Wenn ich den jetzt hier festhalte beim Schießen, passiert das. Ihr seht hier, das ist bei dieser Waffe das Blowback. So, und zack. Ja, jetzt brauche ich auch gar nicht mehr das Magazin zu entleeren. Ich mache es trotzdem nochmal hier lösen. Magazin raus. Jetzt drücke ich dieses Knöpfchen und merke kein Gas mehr drin. So, das war im Prinzip das letzte Gas, was ich hier verschossen habe. Die Waffe wird jetzt wieder gesichert. Und jetzt komme ich zum Fazit der AAP-01 Assassin. Ich finde, das ist eine rundum wirklich sehr, sehr gelungene Waffe. Sie gefällt mir unheimlich gut. Und sie verspricht das, was ich von ihr erwartet habe. Wir haben, wie schon gesagt, ganz viele Möglichkeiten, das Ding zu modulieren, umzubauen, zu tunen und so weiter und so fort. Wir haben hier durch diese Verschlusskappe hier vorne, die man abdrehen kann, kann man hier einen Schalldämpfer oder einen Tracer befestigen. Wir haben diese Fiberoptik, die sehr gut ist für das Schussgefühl. Wir haben eine unfassbar gute Verarbeitung der Waffe. Die Waffe ist sehr gut ausgewogen. Das Gewicht, die Verarbeitung, die Haptik, das Griffgefühl bei dieser Waffe. Es ist alles kombiniert wirklich perfekt. Eine perfekt gelungene Airsoft-Pistole, meiner Meinung nach. Ich finde, auch die Sicherung der Waffe funktioniert sehr, sehr einfach, sehr, sehr simpel. Das Warten und das Reinigen oder aber auch das Tunen der Waffe funktioniert hier unfassbar einfach. Durch diesen Bedienhebel, diesen Knopf, den ihr hier drücken müsst, könnt ihr im Prinzip einfach das obere Teil der Waffe abnehmen und könnt hier einfach machen, was ihr wollt mit dieser Waffe. Es ist wirklich, und das muss ich jetzt hier mal an dieser Stelle sagen, eine der besten Pistolen, die ich bis jetzt vorgestellt habe. Wenn nicht sogar vielleicht auch die beste. Ich hatte sie schon ganz, ganz lange auf meinem Einkaufszettel. Ich habe sie mir endlich gegönnt und sie hält, was sie verspricht. Ich bin hiermit sehr, sehr zufrieden. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, die vorzustellen. Und ich kann sie wirklich nur jedem empfehlen für den Preis. Natürlich gibt es qualitativ wahrscheinlich höherwertigere Pistolen. Gar keine Frage. Aber für diesen Preis, ihr bekommt sie. Aktuell sind sie auf einigen Seiten sogar im Angebot von 85 bis 100 Euro. Und also hier in dieser Grundausstattung. Und das ist wirklich, also preis-leistungstechnisch gibt es keine Waffe, die da rankommt. Meiner Meinung nach. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das anders seht oder falls ihr dann doch bessere Waffen kennt in diesem Preissegment. Also, wenn ihr 18 seid oder älter natürlich und euch diese GWB kaufen dürft oder auch leisten könnt, dann gebt das Geld für diese Pistole aus. Ihr werdet es nicht bereuen. In diesem Sinne war es das mit diesem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen diese Waffe näher bringen und euch in eurer Kaufentscheidung eventuell sogar beeinflussen, positiv. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag. Ab morgen geht es für mich wieder los. Arbeiten. Gar keinen Bock. Aber was soll ich machen? Einer muss Geld verdienen. Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Nico Juhl. Macht's gut. Und ich liebe euch. Peace.